youtube mani du bist doch der moneyboy ne ich bin noch nicht der moneyboy ich bin noch nicht so am bien wie er weißt du was am bien englisch be to be sein ach so ich ach ja du bist doch ich verstehe es ist wieder hell draußen geworden sehr schön haben wir knochenmehl noch die knochen wir haben vier knochen haben wir ja ich hab auch noch knochen dann kann ich jetzt die bäume einfach wachsen lassen danke wachst du endlich mal ja eine axt ja geil oh man ey ich bin nur am rum und hin und her latschen hier ich hab so einen verkackten ohrwurm von dem lied wovon ich eigentlich behauptet habe ich mag es nicht welches dann bis khalifa see you again das lied von dem film hier fassen zu furios stehst du auf die filme ich auch nicht mir wird immer gesagt dann ist man dann ist man unbindlich so das muss man doch möge als man was ich hab das jetzt so nicht verstanden ja man muss doch so rennfilme stehen ja ja nö ich mag autos aber nicht so eine filme so jetzt reiße ich den baum mal lieber ab hier dann habe ich die setzlinge nicht sofort und möchte sofort einpflanzen nämlich in den boden drinnen rein stecke ich die setzlinge weißt du andre weißt du wie das geht in den boden drinnen rein in den boden ich finde das cool wenn man so einen erdblock wegnehmen müsste und da den setzling reinpacken stecken müsste so in den boden halt rein du gräbst dann setzling auch sonst normalerweise in den boden rein oder ja ja machst du erst erde weg in der realität oder ja ja so meine ich das creeper bitte don't do that muss das sein kannst du können wir nicht erstmal drüber reden musst du denn gleich so exklusiv an die sache rangehen hallo sir what the fuck pierre vor allem am helllichten tag kommt so ein creeper um die ecke weißt du ich glaube ich bin mir ganz sicher wenn du die zeugen jehovas einfach mal in deine haus rein lässt das sind die richtig verwirrt weißt warum ja so weit sind die noch nie gekommen die sind bestimmt richtig verwirrt so wie wir dürfen rein zu dürfen wir rein ja was ja wobei das ist ja quatsch eigentlich werden die alten leute lassen die ganz oft rein meine oma zum beispiel da kommen die andauernd also meine oma muss ich dazu sagen ist so richtig ist so christlich evangelisch und immer auch jahrelang kirchenvorstand und so und dann kommen die zeugen jehovas und die lässt die jedes mal oder die redet jedes mal 20 minuten mit denen ja warum ja weil einfach weil sie denkt so vielleicht kann ich dir ja was beibringen aber die wollen sie natürlich eigentlich bekehren aber sie einfach mal zurück bekehrt ist einfach so nett und denkt sich so gut komme ich unterhalte mich mit den menschen einfach weil das gehört sich so wenn sie die leute mit mir reden wollen dann unterhalte ich mich halt mal ein bisschen mit denen ja und die kommen jetzt echt ich gehe deine oma und kommando eventuell die gibt erst mal das erst mal eine arsche gibt ja so 50 euro ach du bist doch der andere hier ich schaue doch immer euronischen gaming let's plays das bezweifelt so wie viel habe ich jetzt hier 15 das hat sich ja richtig gelohnt so ich bin voll müde viel nehme ich heute nicht mehr auf muss gleich ins bett muss morgen arbeiten mal ein test hier mit der facecam ob das so ankommt ich bin ja gespannt ne ja stimmt was hast du noch vor weil ich wollte heute ja nicht sinnvolle sachen tun so ich habe dich mal wieder daran geändert also nicht das aufnehmen nicht sinnvoll ist aber wir waren vorher noch grillen grün schulde weggegrillt haben wir die ganzen sachen ja ok hier noch nicht mal gereicht für die scheiße fenster finde ich cool hier könnte ich auch noch ein fenster rein machen da so da eigentlich auch aber es wäre ein bisschen too much dann vielleicht da nicht da gehen keine fenster da ist er dahinter können wir jetzt noch einen raum rein machen so einen kleinen aber ich wüsste nicht wofür wir haben so viele räume und wir haben sie nicht nicht eingerichtet weil ich nicht weiß was da rein soll da müssen wir noch was machen hier das sieht auch scheiße aus ok wenn du das sagst macht die mine meine ich die sieht halt und der keller der muss dann auch richtig hübscher gemacht werden da kommt noch ein bett rein ich habe ja auch noch keine dicke dicke in meinem zimmer von fenster hier ist so eine decke die decke oben an der wand was so eine decke dachte seit wann kann man den decken machen so zu macht decken was ja das wird ja nichts mit einem fenster meinem zimmer kann kann ich nicht geht nicht hier musste erst hier bei triste küchen anrufen weil endlich ich bin einfach viel zu sehr in der erde da kann ich kein fenster einbringen sollte ich mein zimmer einfach hier oben machen vielleicht verschiebe ich das mal neben der küche also hier wollte ich so die küche rein machen hier so und dann hat man hier so sein s bereich und dann hat man wahrscheinlich mit dir das ok da ist übrigens für mich der berg ist da so da ist der bildschirm bing mal hier wie gesagt die bibliothek vielleicht können wir hier so ein verzauberungstisch rein machen weil dann passt mit den fenstern nicht also doch nicht einfach nur deko bibliothek irgendwo machen wir dann noch einen verzauberungsraum vielleicht einfach den hier genau da so das müsste passen glaube ich von der größe machen wir hier noch eine tür rein da und dann kommt dann verzauberungsraum rein dann haben wir hier wie gesagt die küche da den es ist den es bereich da müssen wir noch ein bisschen dekorieren mit bildern und so dann haben wir hier unten geht es dann in den keller das wird noch hübscher und da kommt ein lager rein hier kommt das wohnzimmer mit bänken und keine ahnung was wir da noch ein machen hier halten flur und da mein zimmer und da bei jetzt immer das ist dann haben wir doch alles oder außer willst wirklich noch ja jetzt mal habe ich was soll jetzt immer was du sagst du da kann es sein ja 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 wiederum explodiert explodiert jetzt das geile ist bei action ich sehe wie lange wir aufgenommen haben der der explodierte ich stehe genau den körper und explodiert nicht unten in der höhe hast du gehört was ich gesagt habe ja habe ich schon lange nehmen wir schon auf 48 minuten jetzt aufhören warum haben wir schon drei folgen ist gut ja komm die vierte machen auch noch voll alter will hier gebaut hast ich ja ich gehe gerade die mine runter gerade typ na bist du geradeaus einfach oder bist du noch weiter runter dann dort ich bin links von dir also du bist du bist rechts von mir gewesen links du bist links von mir was oh hi was hi ah ein skelett so nichts nichts besonderes schade ich dass ich mich jetzt hier noch verlaufen habe ich keinen bock drauf das eisen ist nicht mit was hast du noch so für themen heute mensch noch mehr themen hat er das vorhin wirklich wir getan also ein bisschen du ja was ging bist du nicht so die mose ja gut ich musste ein bisschen ein bisschen drama machen weißt du drama baby hast du den ofen hingesetzt ja zum spontan schmelzen falls hier ist ganz viel obsidian und ist es lapis das ist diamant geil ja gut hast ich hoffe du hast eine eisenspitzsacke natürlich acht stück läuft bei uns hey geil ich dachte das wäre lapis ey das hier ist übrigens nicht ding sondern bedrock ach so das bedrock das hier bei bedrock einfach mal kohle ist ohne ende ne ja vor allem hier ist richtig viel zeug ja gut aber hier können wir auf jeden fall schon mal unsere rohstoffe rohstoffe gut aufstocken ja das geile ist acht diamanten das heißt wir haben die ersten was machen wir daraus diamant spitzsacke aber wir können sie noch nicht verzaubern wir sollten erstmal verzaubern können finde ich weil wir brauchen diese effizienz dinger ne effizienz wir brauchen glück genau kann man jetzt eigentlich gewollte verzauberung machen ja ne ich glaub mal du hast wird es dauernd übersehen man stümper aber wir erst mal acht diamanten rausgefarmt haben ich komm drei sekunden unten in die höhle zack diamanten tja wer kann der kann ist wieder hochgegangen ne aber ich hab ja noch mehr sachen hier zu erkunden nein ich meine die treppe diesen kleinen dings bist wieder beim ofen ja 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 da bin ich oben ich bin wieder beim ofen und spektakulär hier warst du überall schon glaube ich ja das kann gut sein ich war schon an ziemlich vielen stellen ach diamanten ach diamanten hast du ja ja ist noch nicht oh fuck jetzt habe ich vier knöpfe gemacht was wolltest du machen stickies gemacht habe ich vier knöpfe komm lass mal hoch gehen ja brauchen wir noch eine leiter dafür ich bin oben schön für dich ich werde bei der leiter jahre haben ich habe das bauchfleisch voll lecker davon habe ich noch ein stück backfleisch war ich nicht geil nicht auch nicht so da hat hier die liebe frau fleischerin mir noch gesagt doch das ist voll lecker und wenn man fleisch mag dann mag man das aber ich fand es nicht so ich bin ja von der fleisch werden ja gut ich fand es nicht schlecht aber es war jetzt nicht so besonders wie sie gesagt hat vielleicht haben wir ja auch nicht knusprig genug gemacht keine ahnung das kann ich auch sagen das ist einfach unser fehler war ich habe 20 gold gefahren und 41 eisen natürlich war ein bisschen was zwölf eisen drauf und gold habe ich glaube ich nicht oder aber schön die acht diamanten da reinkloppt wir sollten uns sagen sie mal um ein lager wie gesagt im keller also langsam mal so ich würde sagen dann wird sie sein jetzt die folge warum die warum haben jetzt stunde voll ja nicht ganz aber fast das passt nach hier die jungs um ihre 15 minuten mein kopf die bescheuze aber ich schneide eh nicht so genau wobei jetzt habe ich ja eine folge das ist jetzt ein bisschen kacke ist sagt man eine datei muss die dann immer schneiden aber gut mal sehen ja jetzt hätte er drauf kann ich ja nicht einstellen dass er karten soll ja du kannst dir ein timer stellen ach so ich könnte ja ich könnte jedes mal stoppen ja dann müsste ich ja gar nicht mehr rennen dann stimmt einfach nur noch das wäre ein bisschen easy gut liebe freunde ich würde sagen vielen dank fürs zusehen ich hoffe es hat spaß gemacht und mit unseren facecams wenn ihr das öfter sehen wollt schreibt es in die kommentare was hast du noch zu erzählen alter ich war ganz schön sauer am anfang ich habe richtig richtig durchgeraget und schreibt unbedingt in die kommentare was ich vor vier folgen gesagt habe das habe ich nämlich vergessen zu sagen wie ihr das findet ist jetzt schon eine weile her wieder aber schreibt es in die kommentare und gute nacht gute nacht ciao drei